Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss direkt sagen, die unverbindliche Preisempfehlung bei diesem Gerät liegt bei 600 Euro und wir haben den heute für Sie für 248,81 Euro. Also ganz schnell sein, wenn Sie den auch haben möchten. Und ab da heißt es dann nie wieder Staubsaugen, weil Sie können den programmieren, Sie können den einstellen und dann übernimmt der für Sie alle Reinigungsarbeiten auf Hartböden und auch auf kurzflorigen Teppichböden. Und schauen Sie mal, wir haben hier eine ganz, ganz tolle Technologie, weil wir arbeiten hier mit diesen zwei Borsten außen, die sich drehen, die hier sehr schön dann auch den Schmutz nach innen transportieren. Und hier haben wir nochmal diese tolle Rollenbürste. Das habe ich so bei keinem Gerät bisher erlebt. Hier ein großer Einsaugstutzen, die Rollenbürste mit dieser Zwei-Borsten-Technologie auch nochmal. Eine schöne Schutzlippe, Offroad-Reifen mit dabei. Ja, dass der auch mal auf den kurzflorigen Teppich hochfahren kann oder über Türschwellen. Und insgesamt in dem Gerät sechs Sensoren verbaut, sodass der bei Ihnen auch wirklich intelligent durch die Wohnung fährt. Ganz smart. Der schaut auch, wo sind Hindernisse. Wenn eine Treppe kommt, dann erkennt er die Treppenstufe. Das ist überhaupt kein Problem. Hier sehen wir nochmal diese Sensortechnik, die hier eingebaut ist. Das Gerät hat insgesamt eine Laufzeit von 90 Minuten. Der saugt 90 Minuten Ihre Wohnung. Und dann fährt er auch ganz, ganz intelligent, wenn er merkt, oh, Akku ist leer, wieder zurück zu seiner Lagerstation. Die ist selbstverständlich auch für Sie dabei. Ist das klasse? Ja, das ist super. Ich denke, ich habe noch nie gesehen, dass du kannst einfach alles programmieren, ja, auf deinem Handy. Zum Beispiel, wo steht hier Tisch oder hier Stuhl, Couch oder ich weiß nicht. Und das ist cool, dass du kannst programmieren. Jeden Morgen zum Beispiel um neun Uhr staubt ihren Staubsauger allein. Das ist echt cool. Und zum Beispiel, wann haben Sie Tierhaustiere oder Kinder? Das ist sehr, sehr wichtig. Das Boden immer muss sauber sein. Ja, und deshalb haben Sie hier auch diese tolle Mapping-Funktion mit dabei. Können das alles natürlich über das Smartphone steuern. Da gibt es eine kostenlose App für Sie oder auch am Gerät selber alles einstellen, wenn Sie möchten. Und dann fährt er direkt los. Also eine super, super Sache, die wir hier für Sie haben. Und dann können Sie hier den Staubsauger direkt starten. Und dann fährt er natürlich dann für Sie in der Wohnung sehr schön hin und her. Und wir schauen nochmal zu den Kollegen rüber. Die haben den Staubsauger auch. Und zwar für knapp 300 Euro. Wir dürfen Ihnen den jetzt hier und heute im Angebot des Tages für 248,81 Euro anbieten. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Gleich hier einmal zugreifen. Und schon reinigt er ab jetzt Ihre Wohnung. Wie gesagt, zeitgesteuert. Sie müssen nichts mehr machen. Der reagiert dann auch von alleine 90 Minuten lang, wenn Sie wollen. Fährt er durch Ihre Wohnung, legt dann auch so eine kleine Karte von Ihrer Wohnung an. Haben immer diese Mapping-Funktion. Können schön kontrollieren, wo und wann hat der schon gereinigt. Und die Saugleistung von diesem Gerät ist fantastisch. Ich habe das noch nie erlebt. Ein toller Staubsauger-Roboter mit einer Saugleistung von 4800 Pascal. Also eine Zyklon-Saugkraft. Super toll. Und vor allem dieses tolle, flache Design, das wir hier haben. Das macht einfach unglaublich Spaß. Ein großer Staub-Auffangbehälter übrigens für Sie dabei. Ein Liter. Auch das habe ich noch nie so erlebt. Mit einem Liter Staub-Auffangbehälter. HEPA-Filter mit dabei. Und hier sehen Sie nochmal das gesamte Zubehör. Nur heute für Sie im Angebot des Tages für 248,81 Euro. Deshalb nutzen Sie hier Ihre Chance. Bestellen Sie jetzt gleich noch, dass Sie den auch zu diesem tollen Preis bekommen. Und dann heißt es schon in wenigen Tagen für Sie nie wieder Staubsaugen, sondern es wird gestaubsaugt. Die Bestellnummer noch schnell für Sie. Die NX 60 79 569. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrer Haushaltshilfe.